Es geht weiter in den Süden. Von Hokitika aus fahren wir zum Franz-Josef-Gletscher und werden dort mit dem Helikopter auf dem Eisfeld landen. Anschließend noch eine kleine Wanderung und weiter geht's zum Lake Wanaka mit einer schönen Fahrradtour. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Sonne geht auf in Hokitika. Heute Morgen wurden wir tatsächlich sehr früh geweckt. Um sechs klopfte es ans Auto. Ich war der Meinung, es hat auch schon viel früher mal das Auto geklopft. Und da stand ein Sicherheitsmann, der sagte, wir dürfen hier nicht stehen. Wir haben aber hier ein Schild gesehen. Kann ich euch jetzt hier zeigen. Und wir haben das so gedeutet, dass man da stehen kann, wo die Sterne sind. Das habe ich ihm gezeigt. Und der war auch wirklich ganz nett und hat gesagt, okay, das stimmt zwar nicht. Das wäre viel weiter oben. Aber ich sehe, ihr habt euch bemüht. Also alles okay. Ja, das war die erste Erfahrung hier mit so einem Ordnungshüter. Alles super. Manchmal muss es hier ganz schöne Wellen geben. Wenn man sich anschaut, was hier so an Treibholz angeschwemmt wird. Beim Zustück wurden wir von hunderten von Möwen attackiert. Das ist der Schreier. Hau ab. Gestern haben wir die Jade besucht. Und heute geht es zum Gold suchen. Hier in Ross. So sah das früher 1860 aus. Dort kamen die Gesteinsbrocken aus der Mine heraus. Wurden hier auf diesen Logen dann transportiert. Zu diesem Häcksler oder Gewichte haben wir das alles zerkleidet. Dann ging das hier runter. Dort floss Wasser dazu. Und da hat das hin und her geschüttelt. Und das Gold ausgewaschen. Das ist die Hände. Okay? Das ist die Hände. die du wirst, um die Gold zu fallen, um die Gold zu fallen. Und dann haben wir eine Warte, die du in die Gold wird, um die Gold zu fallen. So, wir werden es in die Gold, um es in den Boden zu fallen. Das wird die Gold zu fallen, um alle die größten Steine zu fallen. Dann schlafen die Gold zu fallen. Wir werden es um die Gold zu fallen. dann pute es in und dann back und dann fort. Das drei Mal. Just using the water to gradually get rid of the gravel. Dann keep watering, shake it up again. Bring it to the edge, and then back and then fort. Yeah. Shake it up. And here I said is the greenstone, which hopefully you'll find in your pan also. Shake it up to the edge again, and then back and then fort. And so now that we've got, you know, the last few pieces of gold, and we've got some stones, we don't want to risk losing the gold. So if you want to slowly pick out some of the stones, you can do that, but make sure there's water in your pan, because that's what stops the gold from sticking to your... And the rest is gold. Yep. Perfect. So macht man das. Die Annette ist jetzt dran. Wir üben jetzt schon mal das Goldschürfen. Und schütteln. Schütteln. Ja, immer schütteln, schütteln, schütteln. Da seht ihr das Gold. Die Annette auch Gold? Ja, da unten drin, aber ich muss das erst separieren, dann weißt du doch. Also, bei mir ist ganz deutlich Gold zu sehen. Also da unten ist schon ganz bisschen Gold. Ich muss das ein bisschen ankippen, sonst kann man das überhaupt gar nicht finden, das Gold. Aber sie hat Gold gefunden und Jade. Jade. Äh, irre. Am McDonald Creek, auf dem Weg zu Franz-Josef-Stadt. Wir sind in den Südalpen. Aber sehen können wir so noch nicht. Hinter den Wolken versteckt sich der Franz-Josef-Gletscher. Wir hoffen, dass wir den nochmal richtig zu Gesicht bekommen. Es geht hoch zum Franz-Josef-Gletscher. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Mit den Fahrrädern. Der Franz-Josef-Kletscher. Noch bis vor ein paar Jahren ging der bis hier da vorne hin. In der letzten Zeit hat er sich ziemlich zurückgezogen. Gut, dass es gestern geregelt hat. Leider nerven jetzt hier die Hubschrauber. Aber wir haben das ja auch gemacht. Deswegen können wir uns nicht beschweren. Eine gute Darstellung, wie sich der Gletscher entwickelt hat. 1865, 1907, 1930, 1950, 1965, 2010. Da geht er noch bis da vorne hin. Wie jetzt im Original ist er noch viel weiter zurück. So soll er aussehen, 2100. Aber ich finde, so sieht er jetzt schon aus. Eine Wanderung um den Lake Madison mit Blick auf den Mount Cook. Der erste Blick auf den Mount Cook. Der erste Blick auf den Mount Cook. Das ist angeblich das meist fotografierte Objekt in Neuseeland. Da sieht man mal, wie viele Touristen schon hier waren und ihre Steintürmchen gebaut haben. Das Wasser hat nur noch 6 Grad. Schätze ich mal. Sieht aber herrlich aus. Auf dem Weg nach Wanaka. Ein riesiges Flussbett. Hier ist das eiskalte Wasser von den Gletschern hier unter. Das ist ein riesiges Flussbett. Wir haben Pia und Köbi von der Lupina wieder getroffen in Wanaka. Und jetzt gibt es ein Spiel. Auf zur Fahrradtour um den Lake Wanaka. Ja, das werden wir nicht ganz schaffen, aber wir versuchen mal, wie weit wir kommen. Der berühmteste Baum von Wanaka. Achtung, Pia kommt. Warte, geh weg. Ja, wohin? Ich weiß nicht, wo schaust du dich. Ja, da kommt er. Die Pia war schneller, oder? Ja, die Pia war schneller. Habt du so ausgesehen, als ich den kleinen Gang hatte? Die Mountainbike-Fahrer. Ja, da sind halt unsere Klappräder nicht wehgemacht. Aus der Puste zu sein, kommt sie an. Eine super Strecke. Leider ein bisschen viel Steine, das ist nicht so gut für unsere Fahrräder. Dann möchte man gleich in das Wasser springen. Das sind unsere beiden ohne E-Fahrradfahrer. Hört ihr das? Nein. Unsere erste richtige Wellblech-Piste. Das wird aber wahrscheinlich Leikki nicht lange durchhalten. Und unsere Nerven bestimmt auch nicht. Wir sind wieder umgedreht, die Gravel-Road mit der Wellblech-Piste war nichts für Leikki. Jetzt suchen wir uns einen Platz am See und hoffen, dass das Wetter wieder schöner wird. Cooler Platz am Lake Wanaka. Es ist Sonntag und es ist auch gar nicht so voll. Da wird fleißig Motorboot gefahren mit Wasserski und Ringu. Auch ein toller See dafür. Eine alte Goldsucherstätte an diesem schönen türkisgrünen Fluss. Wir sind am Tewai Akurocio. Mit einem Elektrizitätswerk. Mit einem Elektrizitätswerk. Mit einem Elektrizitätswerk. Untertitelung des ZDF, 2020